Yo Freunde, was geht ab? Herzlich Willkommen auf die UWG. Und zwar hat sich der Rapper Miami Yassin wirklich einiger Monate Zeit genommen oder vielleicht sogar fast ein Jahr, gefühlt ein Jahr Zeit genommen mit der Musik. Ein bisschen zu pausieren. Er kam zurück mit einem wirklich krassen Track, meine lieben Freunde. Miami Yassin Intro Resume, also wahrscheinlich so ein Intro zu einem kompletten Album vielleicht. Also Carmen Street Vol. 12. Ich weiß jetzt nicht genau, was das bedeuten soll, meine lieben Freunde. Auf jeden Fall können wir uns auf ziemlich viel neue Musik von dem Rapper Miami Yassin freuen. Der Track an sich ist ziemlich lyrisch krass. Hat auch einige Informationen rausgehauen, der Miami Yassin mit beispielsweise dem Tod seines Vaters. Also dazu gehört wirklich eine große Stärke, sowas wirklich preiszugeben und auch in Musik zu verpacken. Es könnte sich auf jeden Fall darauf hinauslaufen, dass wir auf jeden Fall in den nächsten Monaten noch mehr geile Tracks von dem Rapper Miami Yassin hören können, meine lieben Freunde. Wir sind auf jeden Fall alle gespannt. Mit dem Intro hat er auf jeden Fall schon mal gezeigt, okay, ich bin wieder am Start, Freunde. Echt krass. Ja, das war's mit diesem Video, Freunde. Ich danke euch fürs Einschalten. Ich wünsche euch was. Bleibt gesund und munter. Peace and out. Peace and out.